Hallo, es freut mich, dass wir alle heute da sind, trotz der schwierigeren Bedingungen, aber das zeichnet uns aus. Wir alle, die da sind, wir sind eh informiert über die Lage, nur es ist halt wichtig, dass die breite Maße, die zu abgelenkt ist, um sich mit solchen Sachen zu beschäftigen, mit ihren eigenen Problemen, dass die breite Maße darüber informiert wird. Und die ist die Frage, wie bringen wir das zusammen, dass diese Information und diese Erkenntnisse, die wir haben über das System, wie es hier abläuft, und das muss an die breite Maße kommen, diese Information. Uns allen ist bewusst und ganz klar, es muss einen Systemwechsel geben und es wird einen Systemwechsel geben, und zwar eine neue Weltordnung. Es wird eine neue Weltordnung geben, wir sind mitten in der Umstellung für diese neue Weltordnung. Nur, es ist die Frage, wie wird diese neue Weltordnung aussehen. Es gibt Pläne von diversen Thinktanks, die haben ihre Pläne mit unserer Welt und sie haben eine Vision, aber wir haben auch eine Vision. Und unsere Vision ist eigentlich relativ leicht verwirklichbar. Ja, weil die Wahrheit ist auf unserer Seite und wir brauchen nur, die Maske fällt sowieso. Und wenn die Maske gefallen ist, dann ist es klar, was hier stattfindet auf diesem Planeten Erde. Auf diesem Planeten Erde hat sich, warum auch immer, ein System etabliert. Und dieses System wurde geschaffen, wurde bewusst geschaffen. Das wurde gewusst geschaffen und dieses System dient nicht der Allgemeinheit, sondern dieses System dient nur einer kleinen Elite. Und diese Elite nützt alle anderen aus und das ist ein System, das ist ein Einwegsystem, das arbeitet nur in eine Richtung. Und es wird die Masse der Völker, der Menschen weltweit, wird eigentlich betrogen durch dieses System. Und es ist wirklich ein Klavensystem von Insidern gegründet, die absolut profitieren von diesem System. Und die ganze restliche Welt ist eigentlich nur mehr eine Spielwiese für dieses Insidersystem. Und wenn wir das erkannt haben und wir haben es erkannt und wir müssen das so erklären können, dass das auch die Masse erkennt, dann können wir das auch lösen, weil dieses System, das ein verbrecherisches System ist und alle, die von diesem System profitieren, profitieren von einem Verbrechen, obwohl diejenigen, die da jetzt an der Macht sind, das nicht eingeführt haben, das System, die sind hineingeboren worden, die sind hineinsozialisiert worden ins System, die verstehen viele das System gar nicht, aber die, die es verstehen, die profitieren daran und die sind gewohnt, von diesem System zu profitieren und darum wollen sie es auch nicht ändern. Natürlich gibt es auch Kräfte in diesem System, die das verstanden haben, dass das eigentlich ein Schmarotzer-System ist, ein System, das auf der ganzen Menschheit schmarotzt und sehr viel Leid und Gewalt erzeugt. Fakt ist, das ist ein Verbrechersystem, alle, die profitieren von diesem Verbrechersystem, profitieren vom Verbrechen und machen sich dadurch schuldig und strafbar. Das ist einmal die Lage. Es ist die Frage, wer ziehen diese Herrschaften zur Verantwortung? Das reicht aber eigentlich, dass es eben offen ist, wer die Verantwortung für diese Zustände trägt und jetzt ist eigentlich nur mehr die Frage, wie gehen wir damit um, wie enden wir das? Und die einzige Chance für diese mächtigen Leute, die bis jetzt profitiert haben von diesem System, ist, dass sie damit ohne Gesichtsverlust herauskommen aus dieser Geschichte, ist, dass sie sich an die Spitze der Reformbewegung und der Evolution stellen. Das heißt, sie müssen freiwillig bereit sein, mitzuarbeiten an diesem Systemwechsel. Dann können wir weit gewaltfrei den Systemwechsel durchführen. Und das ist wichtig. Das System hat sich offenbart. Und die Frage ist, wie gehen wir jetzt damit um? Und wie können wir den Druck erzeugen auf die Leute, die dieses System kontrollieren, dass sie gemeinsam mit uns diesen Systemwechsel durchführen? Weil die andere Alternative, also mit Hilfe von Revolution und Gewalt, werden wir das nicht lösen. Im Gegenteil, es steht die Befürchtung im Raum, dass wir bewusst in internationale Konflikte hineingezogen werden, damit wir beschäftigt sind, geistig und körperlich, und dass wir dieses System nicht mehr hinterfragen können. Also das ist einmal der Ausgangspunkt. Die Frage ist, was können wir tun? Das Ganze ist ein Informationskrieg. Und wir können froh sein, so lange es noch ein Informationskrieg ist. In manchen Gegenden der Welt ist es kein Informationskrieg. Da ist ein militärischer Konflikt. Da ist es reine Gewalt. Bei uns ist es nur Informationskrieg. Und da können wir uns auf die richtige Seite stellen und die wahrhaftigen Informationen der gesamten Menschheit dienen möglichst rausbringen an die Öffentlichkeit. Wir haben jetzt ein Forum geschaffen, wo wir vielleicht gemeinsam Friedensinitiativen entwickeln können und Friedensarbeit leisten können. Und zwar, also wir machen da schon länger in Meidling in der Akademie auch wieder Friedensarbeit. Wir haben da einen internationalen Friedenssalon schon länger laufen. Und wir wollen das jetzt erweitern und zwar ab 13. Februar in Meidling im Café Leopoldi. Und da haben wir da mit dem Kovara vom Café Leopoldi ausgemacht. Also im Prinzip, ich weiß nicht wann das Café genau öffnet, aber ich glaube so um 9 Uhr und so weiter. Es wäre Raum, es gibt da unten einen großen Raum, der würde zur Verfügung stehen für Friedenswerkstatt, für Friedensinitiativen. Die müssen natürlich selber ihre Idee haben und dann müsste man sich absprechen, wann wollen sie kommen oder so. Und es gibt eigentlich genug Platz, dass auch mehrere Friedensinitiativen gleichzeitig sich dort treffen könnten. Wir könnten dort praktisch im Café Leopoldi einen Friedenstag machen, eine Friedenswerkstatt den ganzen Tag. Und wir haben geplant, dass man dann am späteren Nachmittag zum Beispiel ab 17 Uhr dann ein gemeinsames Programm macht, wo Friedensinitiativen vorgestellt werden, wo es Vorträge zu Themen gibt, wo man sich gemeinsam irgendwelche Dokumentationen anschaut, wo es dann Diskussionen über diese Themen gibt, wo auch ein Bestandteil des Ganzen ist, das freie Wort, dass er auch nach fünf Minuten über das Problem reden kann, was er ihm persönlich bedrückt. Und dann haben wir uns vorgestellt, dass wir das auskriegen lassen, musikalisch, künstlerisch, dass wir dort ein Programm machen, das sich auch selber inszeniert. Und zwar wir haben viele Musiker, Künstler, Schriftsteller, Poeten und so weiter in unserem bekannten Kreis. Wir würden das da praktisch als Forum aufbauen, damit wir schauen, wer ist da, wer kann was. Und wir würden da ein spontanes Programm machen und wenn halt niemand was macht, dann legen wir halt irgendwelche Platten auf. Auf jeden Fall, wir würden gerne ab Freitag, den 13. Februar im Café Leopoldi Friedensarbeit leisten und eine Friedenswerkstatt einrichten. Und die sind alle eingeladen, die da vielleicht irgendeine Idee haben für irgendeine praktische Initiative. Wie gesagt, die Informationen, wir wissen das alle. Wir müssen jetzt einmal schauen, wie kriegen wir diese Informationen an den Mann und an die Frau. Und vielleicht fallen uns da wirklich gute Aktionen ein. Und ich lade euch alle herzlich ein, nehmt mit mir Kontakt auf, wenn ihr irgendeine Friedensinitiative habt. Und ich werde auch am nächsten Montag noch einmal einladen für den Freitag, den 13. im Café Leopoldi. In diesem Sinne, möge der Friede siegen. Danke.